Berufen. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Das ist ein Kriterium, das der Mensch über sich ergehen lassen muss, wenn er berufen ist. Ein Kriterium, in das er hineinwächst aber und das ihm Schritt für Schritt immer aufzeigen wird, was zu tun ist. Für den Berufenen ging einmal voraus, dass er helle, lichte Träume hatte und auch lichte, helle Menschen kamen im Traum vor. Sind dies Träume oder Einfragen? Einfach Bilder in einem Film. Er hat das nun empfangen und er weiß noch nicht genau, wie er damit umgehen kann, wie er was tut nun im Handeln, wie er nun in das Handeln überhaupt geht. Das Handeln ist eigentlich ersichtlich aus dem Wunsch, das jeder hat. Also war der Wunsch ganz am Anfang da und dann kam der Traum. In diesem Traum wird nur noch gesagt, wie er zu sein hat, wie er zu sein hat, nicht wie er zu handeln hat. Das ist ein Unterschied. Das Handeln selbst ist der Wunsch. Der Mensch hatte also einen hohen, reinen Wunsch, in irgendeiner Art zu sein. Und dann kamen die Bilder, die hellen, lichten, kräftigen Bilder und nun bekam er die Kraft, hineinzugehen, zu wachsen. In diesem Wachsen drin zu erstarken, zu seinem Wunsch hin. Hat er dann aber Zweifel ab und zu, dann geht das hinweg und es verschwindet. Es geht einfach weg. Es kommt wieder nach einigen Jahren zum Vorschein und auch ein Traum kommt wieder und macht ihn wieder aufmerksam auf das, was einmal war. Es ist nun ein anderer Traum, der kommt, der ihn aber wiederum vorbereitet auf sein geistiges Wachstum. Der Mensch ist also geistig im Wachstum so stark, dass er diese Träume erhält. Er ist ja ein Berufener. Er soll nun in die Handlung gehen. In die Handlung gehen kann er aber nur, wenn er sich bewusst wird über seinen Wunsch, den er hatte oder der jetzt lebendig wird. Der Wunsch drängt immer in eine Richtung, in eine Sache und dieser Sache ist er nun gezwungen, nachzugehen. Hat er aber keinen Mut und keine Entschlossenheit, so geht auch das wieder weg. Und hinter ihm warten schon zwei, drei auf diesen Job. Ja. Ich sage jetzt Job. Es ist eine Arbeit. Aber nicht wie im Irdischen, die Arbeit ist genauso wie im Irdischen, muss auch eine Abfolge von Tätigkeiten inhaltlich sein. Eine Handlung ist darin enthalten und immer eine Tat, eine feinstofflich, grobstoffliche Tat ist immer darin verankert. In jeder Handlung des Berufenen. Wird der Berufene dann gerufen als Außerwälter, dann kommt das göttliche, höchste Licht bis zu ihm herab. Es wird ihn umfassen, über ihm strahlen und dich und ihn anheben, für das irdische Ton so stark, dass nur noch der Sieg folgt. Das Dunkel kann an ihm nichts mehr anhaben. Es kommt nur an die Grenze. Mehr nicht. Auch Widersacher kommen nur an die Grenze. Und er wird Widersacher haben. Jeder Auserwählte hat Widersacher. Sie kommen nur an die Grenze. Nicht weiter. Da kann er erkennen und stark werden. Der Lichte, der als Auserwählte steht, in Gottes Gnaden. Und er wird bestehen. Er wird siegen. Ganz einfach. Es wird geschehen. Es ist vielleicht für den Menschen fast zu einfach, weil er sehr viel warten muss. Es ist aber nicht ein Warten, das man kennt vom irdischen Herr. Es ist ein Warten, nicht ein Abwarten. Es ist ein, ja, im Warten drin ein angespanntes, geistiges Angespannt sein. Es ist, wir haben da gar keinen Ausdruck dafür. Es ist schon ein Warten. Aber in Angespanntheit des Zieles, des Ich-Seins, des, was ich ja wollte, so wie mein Wunsch war, so werde ich also geführt, Schritt für Schritt, als Berufener. Und dies hat mit irdischen Dingen nichts zu tun, die wir in Berufe machen. Es hat nur sehr wenig damit zu tun. Denn die Gabe ist eine viel größere, die dann kommt, als Auserwählter. Es sind oft Gaben, die nur noch da sind für den Aufbau im neuen geistigen Reich. Es sind auch Gaben, die da kommen müssen, für den Übergang, für das Mutsein wollen, für das Herrschertum, für das Herrschende des Löwen. Auch der muss da sein, der Herrscher der Löwe. Denn er muss die Menschen ja führen, dann für den Übergang. Ihr Berufenen, eure Pflicht ist es nur, eigentlich jetzt, dass ihr diese hohen Führer erkennt. Dass ihr diese hohen Führer nicht nur erkennt, sondern gut prüft und für euch so nützt, dass es euch weiterbringt. Und dann könnt ihr auch den Menschensohn sehen, der bald mal unter die Menschen tritt, wenn die Not am grössten ist. Er tritt schon jetzt unter die Menschen, aber er ist noch nicht sichtbar für sie, weil sie ihnen anders dünken oder weil sie noch abwesend sind und glauben, es kommt viel später. Ich kann nur sagen, es kommt jetzt. Es beginnt. Ich kann nur sagen, es beginnt. Es beginnt nun auch grobstofflich die Weltenwende hier auf der Erde. So lange war eine Starre. Jetzt aber ist diese Starre längst aufgehoben und viele Propheten gründen davon. In urgeistigen Schriften oder in ganz einfachen Träumen, Wahrheiten von Bildern übertragen, sie gründen davon. Aber sie können es noch nicht wahrhaben, dass sie eigentlich dazu zählen, dass sie nun aufspringen sollen, auf dieses geistige Neuwerden. Ja, springt auf, das geistige Neuwerden. Wenn nun der Mensch so als Berufener sich dünkt und er geht dahin, aber da war doch noch was. Eben diese Träume. Oder diesen Film, den er einmal wahrgenommen hat, mit den lichten, hellen, wunderbaren Menschen im Traum. Und die kommen nicht mehr. So muss er wieder die Sehnsucht aufbauen. Er braucht diese Sehnsucht nach dem Licht, die ihn wieder verbindet mit diesem Traum. Denn der Traum hatte einen Wunsch in sich, der vorausging. Und diesem Wunsch muss nun der berufene Folge folgen. Sonst wird er nicht froh und freudig. Und dann kommen die nächsten Schritte als Berufener. Dann kommt und klopft ein heller Lichter an bei euch und wird euch zu Auserwählten machen. Denn es braucht diese Auserwählten jetzt für diesen Übergang. Es braucht sie. Keine Mitläufer. Es braucht Auserwählte, die stark stehen. Und hinter jedem von ihnen stehen nochmal 10, 20. So stark, dass sie sogar die Aufgabe übernehmen könnten von diesem Auserwählten. Ja, und dann werden auch sie auserwählt durch die Kräfte, die da wirken, durch die Lebendigkeit des Vorbildes, wächst der Wunsch, auch so zu sein. Ja, das ist der Auserwählte, der stark steht, der entweder Führer ist oder Helfer. Wir brauchen heute viele Führer, die führend sind. Und im Gotteswillen prüft also alle, die als Führer auftauchen. Prüft die falschen Propheten. Prüft alle ganz stark durch die Empfindung. Könnt ihr sie prüfen, nur durch die Empfindung. Durch ihre Worte. Durch ihre Taten. Ja, soviel zum Berufenen jetzt. Ihr Markus Bösch.